Der Umsatzersatz wurde weiterentwickelt und umbenannt. Ab sofort könnt ihr den Ausfallsbonus für euer Unternehmen mit einem hohen Covid-bedingten Umsatzausfall beantragen. Wie das funktioniert, wie die Unternehmer auch dieses Mal wieder zum Nahen gehalten werden und wie viel ihr theoretisch bekommen solltet, das erfährt in diesem Video. Wir haben wieder eine neue Verordnung bekommen, 16 Seiten reinster Spaß. Als im Jänner die Verlängerung des Lockdowns verkündet wurde, wurde wieder ganz groß von den tollen staatlichen Hilfen gesprochen. Als krisengebeutelter Unternehmer empfindet man ja trotz dieser herben Enttäuschungen der letzten drei Vierteljahre solche Aussagen in den Pressekonferenzen immer noch als kleinen Lichtblick in dieser schwierigen Zeit, denn die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Aber leider muss ich euch sagen, sie stirbt. Immerhin müssen die Unternehmer, die arbeiten wollen und auch arbeitswillige Mitarbeiter haben, das gibt es ja in letzter Zeit auch immer seltener, müssen sie trotz diesen Gegebenheiten ihren Betrieb geschlossen halten. Ihre Rechnungen und die Gehälter müssen sie aber dennoch bezahlen. Die heilige Kurzarbeit ist zwar eine Unterstützung, löst aber das Problem der Personalkosten trotzdem nicht zufriedenstellen. Von der Zeitverzögerung zwischen der Auszahlung der Löhne und Gehälter, die müsst ihr ja immer noch vorfinanzieren, unter tatsächlichen Erhalt einer Auszahlung der Kurzarbeitsprämie. Von diesem Gap will ich jetzt eigentlich gar nicht erst reden. Auf jeden Fall mussten auch im Jänner die Betriebe zubleiben und erst am 16. Februar, also einen Monat später, könnt ihr erst die Hilfe für den Jänner beantragen. Und wer schon mal eine Unterstützung bei der Kofag beantragt hat, weiß, dass das Warten jetzt mit der Antragstellung erst so richtig beginnt. Dann müsst ihr wieder mal mindestens einen Monat aus eigener Tasche zusätzlich vorfinanzieren. Und als Draufgabe wird die Verordnung zum Ausfallsbonus dann erst am 16.02. veröffentlicht. Also erst an dem Tag, wo ihr schon den Antrag stellen könnt. Da werden jetzt die Spielregeln für diese Verordnung veröffentlicht. Eigentlich könnte man sagen, im Jänner haben sie es angekündigt, sie hätten genügend Zeit dafür gehabt. Aber wie gesagt, die Ankündigungen dazu folgen ja immer sehr früh. Aber ja, mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen, sonst wird das Video wahrscheinlich von YouTube auch noch gesperrt werden. Schauen wir uns jetzt mal die Verordnung im Detail an. In dem Video möchte ich euch jetzt einen groben Überblick über die Eckdaten dieser Verordnung geben. Wenn ihr den Ausfallsbonus oder den Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss 800.000 beantragen wollt, und genau darum geht es in dieser Verordnung, dann solltet ihr euch unbedingt noch diese Verordnung durchlesen, beziehungsweise euren Steuerberater konsultieren. Die Verordnung habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, wer kann jetzt diesen Ausfallsbonus beantragen? Nun, die Voraussetzungen sind ähnlich wie bei den vorherigen Hilfen. Natürlich einmal in Österreich operativ tätige Unternehmen. Und Unternehmen, die im Betrachtungszeitraum einen Umsatzausfall von mindestens 40% erlitten haben. Und wie bei jeder staatlichen Unterstützung müsst ihr in den letzten Jahren brav gewesen sein. Die Finanz spricht hier von steuerlichem Wohlverhalten. Wer bekommt den Ausfallsbonus nicht? Hier halte ich es ganz kurz. Unternehmen, bei denen ein Insolvenzverfahren anhängig ist. Unternehmen, die zu Beginn des Betrachtungszeitraums mehr als 250 Vollzeitequivalente Mitarbeiter beschäftigt haben. Und in eben diesem Betrachtungszeitraum mehr als 3% dieser Mitarbeiter gekündigt haben, statt sie in die heilige Kurzarbeit zu schicken. Und wie immer sind Ausnahmen auf Antrag möglich. Die Frage ist halt nur, wie lange ihr darauf warten müsst. Aber erwartet euch bitte nicht zu viel davon. Ja, dann noch Antragsteller, die nicht unternehmerisch tätig sind. Und wieder mal die neu gegründeten Unternehmen. In diesem Fall neu gegründete Unternehmen, die vor dem 1.11.2020 noch keine Umsätze erzielt haben. Habt ihr als Neugründer einen schon vor dem 1.11.2020 bestehenden Betrieb übernommen oder fortgeführt, dann könnt ihr eventuell dennoch den Ausfallsbonus beantragen, da es den Betrieb ja auch schon vorher gegeben hat. Schaut euch hier dazu aber unbedingt die Seite 6 auf der Verordnung an. Ich habe euch diese wie immer unten im Video verlinkt. Bevor ich euch jetzt nun zeige, was man genau bei dem Ausfallsbonus versteht, schaut doch bitte mal nach, ob ihr unseren Kanal schon abonniert habt. Falls nicht, macht das bitte. Das ist für uns ein wichtiger Indikator, um zu sehen, ob euch unsere Videos gefallen. Es ist nur ein Klick und kostet nichts. So, was genau ist jetzt dieser Ausfallsbonus? Der Ausfallsbonus setzt sich als einen Bonus. Die Frage ist halt, wofür kriege ich einen Bonus? Aber mit Logik hat das Ganze sowieso nichts zu tun. Also einen Bonus und optional auch noch einen Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss 800.000. Also aus diesen beiden Unterstützungsformen kann diese Hilfe bestehen. Und wie erwähnt, müsst ihr dafür einen Umsatzeinbruch von mindestens 40% im Betrachtungszeitraum erleiden. Damit ihr den Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss 800.000 bekommt, müsst ihr auch die Bedingungen natürlich für diesen Fixkostenzuschuss erfüllen und den Antrag für den FKZ auch bis zum 31. Dezember 2021 stellen. Also das muss heuer noch passieren. Zum 800.000er habe ich ja bereits ein ausführliches Video veröffentlicht. Ihr könnt es euch da oben, habe ich es verlinkt, das gerne noch nachschauen, um hier weitere Details zu bekommen. Und jetzt zur spannendsten Frage. Wie hoch ist dieser Ausfallsbonus? Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr euch eure Beruhigungstabletten einwerfen solltet. Ich habe das beim Durchlesen dieser Verordnung leider nicht getan. Daher ging mein Puls dann sehr schnell sehr weit nach oben. Sowohl der Ausfallsbonus als auch der Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss beträgt jeweils 15% des Umsatzausfalls. Nur mal zur Wiederholung. Beim Umsatzersatz im November hatten wir 80% des Vorjahresumsatzes. Jetzt sind es nur 15% des Umsatzausfalls, nicht vom Umsatz. Wir sehen hier eine sehr steile Abwärtskurve von dem 80% Umsatzausersatz im November, dem 50% Umsatzausersatz im Dezember und jetzt nur mehr 15% des Umsatzausfalls. Wenn das so weitergeht, dürft ihr bald für den Umsatzausfall bezahlen. Aber ja, der Ausfallsbonus ist dann noch zusätzlich mit 30.000 Euro pro Kalendermonat gedeckelt. Und auch der Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss 800.000 ist ebenfalls mit 30.000 Euro pro Monat gedeckelt. 30.000 Euro. Das ist für viele Unternehmen nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie soll ich zum Beispiel in einem Gastronomiebetrieb überleben, der normalerweise in der Betrachtungszeit um 100.000 bis 150.000 Euro Umsatz macht und komplett geschlossen hat? Wie soll das bitte funktionieren? Die Mitarbeiter soll er trotzdem nicht kündigen, sondern in die heilige Kurzarbeit schicken. Das heißt, das Geld kommt, wie vorhin schon erwähnt, mit mindestens einem Monat Verspätung an. Die Löhne muss er aber vorher trotzdem zahlen. Die weiteren Fixkosten wie Pacht, Leasing, Rückzahlung von Krediten usw. laufen ja trotzdem weiter. Nicht alles kann ich stunden. Also wie soll das gehen und wovon soll der Gastronom leben? Das kann sich vorne und hinten nicht ausgehen. Und die kleinen Ein-Personen-Unternehmen, die bisher den Mindestbetrag von 2.300 Euro erhalten haben, werden nur mit 100 Euro abgespeist. Das hätten sie sich gleich sparen können. Da kostet der Antrag mehr, als es was rauskommt. Und wenn das nicht einmal ein harter Schlag ins Gesicht der österreichischen Unternehmer ist, dann weiß ich es auch nicht. Wer unsere Videos kennt und auch schon Förderungen beantragt hat, der weiß, dass wir uns jetzt die Betrachtungszeiträume näher ansehen. Beim Ausfallsbonus wird es etwas einfacher. Hier haben wir keine gebrochenen Monate, wie zum Beispiel beim Fixkostenzuschuss, sondern den jeweiligen Kalendermonat als Betrachtungszeitraum. Heißt auf Deutsch, habt ihr in einem der in Frage kommenden Monate einen Umsatzausfall von mindestens 40% im Vergleich zum Vorjahr, dann könnt ihr den Ausfallsbonus beantragen. Der frühestmögliche Betrachtungszeitraum ist der November 2020. Ihr vergleicht daher euren Novemberumsatz 2020 mit dem Umsatz vom November 2019. Habt ihr da mindestens 40% weniger Umsatz erwirtschaftet, dann erfüllt ihr diese Kriterien für den Bonus des jeweiligen Monats. Wie gesagt, der frühestmögliche Zeitraum ist der November 2020. Der spätestmögliche Betrachtungszeitraum ist der Juni 2021. Hier wurde offenbar dazugelernt und weitergedacht. Man glaubt es kaum. Und jetzt schauen wir uns kurz den Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss 800.000 an. Unter bestimmten Umständen ist nämlich ein Vorschuss auf diesen FKZ 800.000 ausgeschlossen. Nämlich dann, wenn ihr bereits den 800.000er beantragt habt. Das gilt auch dann, wenn der Antrag abgelehnt wurde. Auch dann könnt ihr den Vorschuss nicht beantragen. Oder ihr habt bereits einen Verlustersatz beantragt bekommen. Dann geht das auch nicht. Ihr bekommt den Ausfallsbonus auch nicht, wenn ihr für November bzw. Dezember 2020 bereits den Umsatzersatz 1 oder den neuen Umsatzersatz 2 erhalten habt. Eine Ausnahme gibt es jedoch, wenn ihr vor der Beantragung des Ausfallsbonus diesen Lockdown-Umsatzersatz 1 oder 2 zurückbezahlt habt, dann könnt ihr den Ausfallsbonus dennoch beantragen. Ich bezweifle aber, dass sich das lohnen wird. Denn der Umsatzersatz ist ja in der Regel ein höherer Betrag. Beantragt ihr hingegen den Ausfallsbonus für November und Dezember 2020, dann könnt ihr spätestens einen Lockdown-Umsatzersatz 2 nicht mehr beantragen. Und noch für alle Künstler unter uns, Künstler bekommen für diesen Betrachtungszeitraum keinen Ausfallsbonus, wenn sie bereits eine Lockdown-Kompensation erhalten haben. In diesen Fällen bekommt ihr keinen Vorschuss, sondern nur den Ausfallsbonus. Wie schaut es mit der Beantragung aus? Ihr könnt den Bonus ab dem 16. des auf den jeweiligen Betrachtungszeitraum folgenden Kalendermonat, in dem Fall, wenn ihr für Jänner beantragt, könnt ihr ab dem 16. Februar diesen beantragen, bis zum 15. des auf den Betrachtungszeitraum drittfolgenden Monats beantragen. Den optionalen Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss müsst ihr gemeinsam mit dem Ausfallsbonus beantragen, spätestens aber bis zur erstmaligen Beantragung des Fixkostenzuschusses 800.000. Beantragen müsst ihr wie immer über FinanzOnline elektronisch. Und zuständig ist auch wie immer die Kofag. Wie ihr seht, bleibt der Gesetzgeber seinem Kurs treu und lässt die fleißigen Unternehmer wieder mal im Regen stehen. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch mit diesem Video zeigen konnte, wie ihr diesen Bonus beantragen könnt. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video.